friends ich begrüße euch heute zu einem neuen video hier auf meinem kanal meine freunde leute heute mal wieder ein schönes requisitenjagd video so wie es damals mal gemacht habe ja auch eines meiner beliebtesten videos hier auf meinem kanal sehr sehr alt ich glaube zwei jahre müsste es schon her sein wo ich das letzte mal nicht das letzte mal requisitenjagd gespielt habe aber das erste mal requisitenjagd aufgenommen heute video ist ein geiles video geworden wenn du dich für mehr co content oder cold war oder wenn du mehr requisitenjagd von mir sehen willst schreibt mir das mal in die kommentare denke mal da lässt sich einiges regeln habe ich bock drauf nach der runde und ja für jetzt ich würde einfach mal sagen viel spaß mit dem video haut rein like und abonnen lassen und ich würde sagen bis zum nächsten mal hier wir richtig viel freiraum und sind versteckt zu suchen da habe ich richtig bock drauf es hätte leidt das war auch die erste map die jemals in cold war gespielt habe okay wir sind schon fast fertigen runde ersten stein glaube ich doch alter ist das versteckt gut das versteck ist richtig geil aber leider pfeift man das ist er okay ersten reifen okay er das ist er erst auch ein stein nehme ich mal an hier auch ein stein oder das ist ja von eben warte haben wir hier zwei an am gleichen ist das der gleiche spot nene doch doch da sind zwei im selben es sind zwei leute im selben spot alter die sind ja richtig krass drauf ja also halten zieht das ist ein modus da wo du auch mußten und ich neu verstecken muss wenn du allein auf einer stelle die ganze zeit stehen bleibt dann wirst du gefunden das ist fakt und trümmerteil auch geil ich spiele gerade gar nicht selber aber es macht einfach spaß zuzusehen wir gehen jetzt mal in die erste runde rein was sind wir ich hoffe ich muss mich verstecken geiler spot wirklich so so geil also ich bin gespannt wo landen wir ich habe keinen bock zu suchen und natürlich muss ich suchen ich weiß aber auch gerade gar nicht was man so sein kann man muss auf jeden fall hier haben wir doch schon mal auch nicht man hat hier auch unendlich munition also es ist zwar assi aber wie willst du sonst anders raus wenn wo jemand ist man muss erstmal schön hören da haben wir doch was da haben wir was jawohl unser erster ist ja noch was aber noch was gehabt wo war was wo 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 war ich hier was nur noch eine requisite krass aber wenn wir das gleich gewinnen dann kann ich mich ja gar nicht mehr verstecken ich will mich auch verstecken ich bin die nicht nein 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 lad doch nach bla 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 nein 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 ich hatte ihnen in der letzten sekunde ich habe die falsche waffe man er war so ultra low so schwierig, ne? Hier ist auch gut. Hier ist auch gut. Habe ich gesehen. Ah, 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 ah. Nein, nein, nein. Da bin ich nochmal gut rausgekommen, auf jeden Fall. Da kommt er. Er kommt, er kommt, er kommt. Ich habe Angst. Ich habe extreme Angst. Nein! Fuck, ich bin am Arsch. Ich muss hier schnell weg. Okay, er läuft dran vorbei. Nein, fuck. Nein, ich bin am Arsch. Scheiße. Ah, Mann, irgendwie. Waren zu viele Leute auf einmal am Einflug. Ja gut, die hören einen auch, ne? Aber was willst du machen? Trotzdem. Was haben wir noch im Game? Auch ein geiles Versteck. Kommst aber auch sehr schwierig raus. Anista, ja. Du musst so gut moving können. Und hier haben wir... Was haben wir? Was ist das denn? Das ist ein Reifen. Ah, ne, auch. Ich kann es gerade nicht erkennen. Boah, in der Höhle. Boah, das ist ein geiles Versteck. Das ist ein sehr, sehr geiles Versteck. Ja, ich bin mir sehr uneinig. Aber wir haben noch drei Leute am Leben. Boah, als ob die so hoch springen können. Jetzt mal, jetzt macht er gerade... Jetzt rollt er einfach. Boah, der ist hart. Der Typ ist hart. Der Typ. Er spielt mit seinem Leben. Der Typ ist crazy. Boah, was er macht. Was er macht. Er ist richtig am High-Try-Harden. Ah, sieht so aus, als ob wir das gewinnen. Tatsächlich. Einfach so eine Flugzeugwand. Oh, er wurde noch gekillt. Ja, aber er wusste halt, dass man das gewinnt. Trotzdem, geile Runde. Verdammt geile Runde. Das ist ein ganzes Gerät. Justiz. Einer hat mich auf ein paar Meter. Bis zum nächsten Mal.